Hallo Leute, willkommen bei meinem ersten Part von Let's Play Minecraft auf der Beta 1.8.1. Jetzt werde ich als erstes eine neue Welt erstellen, die nenne ich, wie mein YouTube-Account, Grapefruit Channel. Da kein Apostroph geht, muss ich Channels machen und dann mache ich einfach Vault. Grapefruit Channels Vault, wie mein YouTube-Account, stimmt alles richtig. Okay, jetzt wird eine Welt erstellt, nach dem Zufassgenerator. So, und mit dieser Welt werde ich dann spielen, hoffe ich mal, es wird wieder Eis oder Wüste. Da ich jetzt zum fünften Mal versuche, den ersten Part aufzunehmen und alles bisher scheitert, das sieht schon mal besser aus. Die Welt soll sich mal laden, oh, das sieht gut aus, wenn das nicht schön... Ich glaube, ich ziehe auf die Insel. Warte mal kurz, so, jetzt brauche ich erst mal ein bisschen Holz ab mit der Hand. Gut, ich gehe jetzt einfach mal raus in den Garten und haue mit meiner Hand ein bisschen Holz kaputt. Das ist so realistisch. Aber was soll's, Minecraft ist halt ein Spiel, wo du alles machen kannst. Du kannst alles auseinanderhauen und wieder zusammensetzen, so wie es dir gerade passt. So, jetzt bauen wir erst mal diesen Baum hier auseinander. So, na, da komme ich nicht mehr dran. Egal, da haben wir noch zwei Stück weg. Eins aus dem Holz kann ich nachher in meinem Crafting-Table, den ich im Inventar finden werde. Also hier könnte ich die jetzt hier reinpacken, so wie ich will. Da kann man verschiedene Sachen machen, aber mit dem geht auch nichts. Darum ist das nur das Ausgangsmaterial oder Eingangs- oder das Erstmaterial. Aus dem könnte ich zum Beispiel Stickies machen. Und aus den Stickies könnte ich nachher Waffen herstellen. Ich nehme jetzt erst mal diese Dinge hier, diese Woodenblanks. und daraus könnte ich zum Beispiel ein Haus oder so bauen. Aber jetzt bauen wir uns erst mal kurz in den Himmel hoch, weil ich will gerne, oder würde jetzt gerne mal sehen, wo ich gerade bin. Okay, wo könnte ich hinziehen? Ich will jetzt umgewohnen. Das hinten sieht geil aus. Welt, lade dich, Welt, lade dich, Welt, lade dich. Welt, lade, wo, die da hinten, die Insel. Ist eine Insel oder ist eine Welt? Hm, ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich ziehe da oben auf den Berg. Das Holz wird eh irgendwann alles abgegeben. Ja, ich ziehe da oben auf den Berg. Oh Gott, das Abbauen. Oh Gott, oh Gott, das dauert ein bisschen. Warte, ich mache euch die Wiedergaben des Sterns. Ein bisschen Musik im Hintergrund hat mir geschadet. So, jetzt bauen wir erst mal diese Holzdinger ab. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Wartet mal, ich gucke es mal schnell nach. Da ein bisschen. Ja, ich hoffe, ihr könnt es hören. Wegzugehen, wegzugehen. Okay. Abwauen, 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 abwauen. Und es kann wieder ein paar Minütchen dauern. Aber ihr habt da bestimmt Zeit. Ähm, ich muss immer auf die Sonne achten, die ihr... Sonne? Da oben ist. Wenn die untergeht, kommen nachts Monster. Ich habe jetzt noch kurz Peaceful drin, dann mache ich auch gleich weg. Ähm, und hier unten seht ihr diese Schnitzel. Das sind oder diese Knochen-Dinger, wo es da... Das ist meine Lebensanzeige. Die setzt sich langsam runter. Und links sind meine Herzchen. Wenn die weg sind, bin ich tot. Die rechts ist nur meine Lebensanzeige für Nahrung. Also ich muss immer Nahrungstimmel nehmen, damit ich nicht sterbe. Jetzt komm, komm, komm schon. Oh Gott, das dauert, das dauert, das dauert. Ach, egal. Äh, äh. Aua. Aua. Ich gehe mal kurz auf den Berg da hoch, wo ich bauen will. Mit Doppelweg kann ich schneller rennen. So. Ich darf erst mal das Berg da hoch. War das hier? Ja, nee, ja. Doch, das war hier oben. Ey, der Platz ist echt gut. Ich muss erst mal ein bisschen Holz erbauen, dass ich die Nacht überstehe. Und was zum Holz brauche ich mir dann vielleicht noch eine Waffe. Und dann muss ich erst mal gucken, dass ich Schafe finde, weil ich muss mir nachher ein Bett herstellen. Weil wenn es Nacht wird, ich will keine... Ich will nicht die ganze Zeit im Bett, äh, im Dunkeln liegen. Oder stehen und warten, bis es wieder Tag wird. Weil es wird immer 8 Minuten Tag, 8 Minuten Nacht. Das hat noch zu erfunden. Das ist auch gut zu suchen. Ich hätte es anders gemacht. Ich hätte 20 Minuten Tag, 5 Minuten Nacht. Aber wenn man Bett hat, ist doch nicht egal. Dann pennt man die 8 Minuten in 2 Sekunden durch. So, ähm... So. Jetzt baue ich mir erst mal ein Crafting Table. Den baut man mal so. Mit dem Crafting Table habe ich dann nach ein Feld von... Den pflanze ich jetzt erst mal dahin. Dann brauche ich ein Feld von neuem. Da könnte ich mir jetzt zum Beispiel hier eine Axt machen. Oder Spitzhacke. Dann noch eine Axt. Mit dieser Axt könnte ich... Kann ich schneller Holz aufbauen. So macht man eine Schaufel. Ach verdammt, aber keine Stickies. Mit Stickies baue ich so eine Schaufel. So, und ein Schwert brauche ich auch noch. Da muss ich erstmal ein bisschen Holz... Sooo... Hier war noch ein Schwert. So. So. Komm her. Schweinchen. Bleib stehen. Das sind Erfahrungspunkte, die bringen nur Multiplayer was. Muss ich erst mal das Schweinchen hier töten. Ach komm schon. Danke. Stirb, stirb, stirb. Ich brauche deine Nahrung, sonst erlebe ich nicht. Stirb, 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 stirb. Danke. Ich brauche Schafe. 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 Mann, wo sind die ganzen Schafe hin? Ja, was soll ich jetzt am Anfang erzählen? Ich habe noch nicht so viele Themen. Oder gar keinen bis jetzt. Ich erzähle jetzt einfach mal was. Minecraft. Minecraft wurde vor, glaube ich, eineinhalb Jahren erfunden. Und ich spiele es seit vier oder fünf Monaten. Das macht so sehr viel Spaß. Daher hier alles auseinanderpflanzen kannst, wie ich so will. Zum Beispiel kannst du jetzt auch Dinge hier auseinanderbauen. Alles auseinanderbauen. Da ist eine Kuh. Die gibt mir Milch und so. Aber ich brauche ein Schaf. Aber hier ist kein... Das ist mir dann eine sehr bescheuerte Nacht und ein Schaf. Und cheaten mache ich nicht. Da halte ich mich raus. Schwein, Schwein, Schwein. Verdammt. Jetzt muss ich erst mal hier ein bisschen runterbuddeln. Ich brauche jetzt ein bisschen Steine. Die bin ich unter der Erde meistens. Ich weiß noch nicht, wo. Ich brauche da gleich... Ah, das ist schon Steine. Und ich kann immer nur einen Block springen. Das heißt, ich kann nur einen Block hoch springen. Oh, Cravel. Das kommt ja wie gerufen. Brauche ich zwar noch nicht, aber mache. So, mit dem Cravel. Ja, Cravel. Cravel ist gut. Da kann ich mir Feuerzeugen zum Beispiel erstellen. Hier will ich mir wieder raus. Komm, komm, komm. Aus dem Stein baue ich mir nachher erstmal einen Ofen. Ich muss gleich noch ein bisschen Holz abbauen, weil es wird gleich dunkel. Dann heißt die Nacht wird im Haus verbraucht. Da sehe ich mir nachher ganz schnell zusammenkleister. In Schuster. So. Jetzt habe ich ein paar Steine. Jetzt habe ich schon 13, 14. Machen wir so. Hier brauche ich einen Ofen. Neun. Dann ein bisschen Werkzeug. Ja, so. Ach, stimmt. Ich kann mich hier im Haus runterbuddeln. Ich bin dann mal wieder raus. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Holz. Ein bisschen Holz abbauen. So, was soll es so kommen? Komm schon, komm schon, komm schon. Ich hasse das. Die Bäume sind höher als früher. Früher war die Idee so hoch. So, jetzt brauche ich den Holz. Holz ab. Ich brauche das Holz ab. Das müsste eigentlich reichen für das Erste. Die Bäume lassen Zettlinge fallen. Daraus kann man neue Bäume bauen. Oder anpflanzen und die wachsen davon selber nach. Das heißt ich. Überlebt wirkliche 20 Minuten. Also unsere Zeit 20 Minuten oder so. Kann es ja auch ein bisschen beschleunigen mit ein paar Tricks. Aber die erzählen wir euch später. Beim Action-Part von Minecraft. Muss mal gucken, wie lange ich überhaupt schon aufnehme. Ich weiß gar nicht mehr. Na, ich nehme einfach mal ein bisschen auf. Das kann ich ja nachher kacken. Ähm. Ja. So. Das ist mein erstes Let's Play von Minecraft. Es wäre nett, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen würdet. Ich muss euch, ich will euch ja nicht zwingen zu abonnieren. Aber ihr könnt es mal an, wenn ihr es okay findet. Wenn ich es mal wieder machen soll. Ich werde es trotzdem machen, ist mir wurscht. Ein paar Leute werden es bestimmt angucken. Sonst gucken es halt nur meine Freunde an. Und vielleicht gefällt es denen. Dann spielen die es auch mal. Könnt mich fragen, wo ihr es kaufen könnt. Oder so. Ähm. Ich sag es euch dann. So. Oh, da schneide ich dann. Ich muss erst ein bisschen Holz abbauen. Und die Sonne. Ach, die geht gerade unter. Wir haben dann vielleicht zwei, drei Minuten Zeit. Oh Gott, schon wieder so ein Riesenbaum. Los. Au, au, au. Oh. So. Nein, ich brauche kein Schweinchen. Zieh dich. Hau ab. Oh, hier sind Zepplinge. Diese Dinger hier. Die pflanzen sich an. Dann wächst ein neuer Baum draus. Ich muss erst mal überlegen, wo ich mein Haus jetzt erst mal hinbaue. Oh, ich muss langsam ein Haus bauen. Aus dem Ding mache ich mir noch ein paar Woodenblanks. Heißt, ich glaube so. Ja, Woodenblanks. Und jetzt brauche ich mein Haus. So, das ist mal ein bisschen weg. Das brauche ich gerade noch nicht. So. Oh Gott. Wo wollen wir die Aussicht hinhaben? Seht noch das Meer nachher. Die Bäume werden ja alle abgeholzt. So. Ich baue jetzt mal nur so. Für Notfallunterkunft. Weil es ja nachher dunkel wird. Aber die Wut, die... Die Crafting Table nehme ich auch noch schnell mit. Irgendwie kommen die Begriffe alle aus dem Englischen. Hm. Naja, was soll's. So. Alle mal in mein Haus. Nein, du nicht. Du bleibst schon draußen. So. Nein. Du darfst hier nicht rein. Wenn ich Shift drücke, dann falle ich nicht runter. Das ist so ein Trick. Wenn ich mich festhalte, dann kann ich auch schön über den Abhang raus. Das sieht auf F5 auch witzig aus. Guck mal. Ich stehe über dem Abhang mit F5. Lololol. Also wenn ich Shift drücke. So, 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 so. Deckel drauf. Eins höher geht noch. Gehen schon. Ne klache Besuch von ein paar Monstern. Oh, da gucken, stehen ja unsere Zuschauer... Oh, scheiße, ist das jetzt knapp. Komm, Bau. Na, verdammt. Ich glaube, ich habe es sogar noch Peaceful. Das mache ich aber gleich raus. Solange es noch ein bisschen Tag ist, kommen noch keine Monster. Und es wird langsam dunkel. Sagen wir so in 30 Sekunden, würden die Monster kommen. Aber bis dahin habe ich auch Peaceful. Äh, ja, bis da auch raus. So. Oh Gott, ihr seht nichts. Optionen. Options. Easy. Jetzt werde ich mir als allererstes einen Ofen machen. Mit meinem Crafting-Table, den ich hier irgendwo noch habe. Ja, hier. So. Schnell gleich mal in die Ecke. Dann mache ich mir schnell einen Ofen draus. Äh. Musik, Angst, Hilfe, Hilfe. Ofen, da packe ich Holz rein. Scheiße, das geht damit gar nicht. Das ist ein Creeper. Wenn der mich sieht, explodiert der. Schnell wieder zu. Rein. Tschüss. Tschüss. So, jetzt habe ich ein normales Holz. Das kann ich aber brennen. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen Licht, weil der Ofen Licht macht. Aber ich stelle mir jetzt erstmal gleich ein paar Fackeln, damit es hier drin ein bisschen ein bisschen tequem ist und ein bisschen heller. So, mal ein bisschen schöner machen, meine Häuschen von innen. So. Ist die Musik ausgegangen oder habe ich die ausgemacht? Wartet mal. Ja, Musik wieder da. Weiter geht's. Das hatten wir schon. Hatten wir auch schon. Hatten wir das schon? Ich weiß es nicht mehr. Machen wir da. So, jetzt habe ich ein bisschen Kohle. Mit der Kohle und dem Stick könnte ich mir... Boah, ist das laut, ist das laut, ist das laut. Ich höre nichts. Hört ihr mich? Ich hoffe schon. Ich mache erst kurz den Fackel. Die Musik wird nachher leiser. Fackel, 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 fackel. Info. Ja, der Musik ist leiser geworden. Setzen wir die mal an eine schöne Stelle. Hier oben zum Beispiel. So, die auch entschuldigt die Mitte. Wollt ihr ein Guckfenster? Ich kann das jetzt machen. Warte gleich. Ach Gott, drei Kohle ist ja die Welt. So. Ich zeige ein paar Stickies. Mit denen mache ich noch mal zwei, also acht Fackeln. Und blablabla. Das bräuchte ich jetzt für gar nichts. So, mal gucken. Ein bisschen rausgucken. Hallo? 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 Ich habe dich. Wahnsinn. Wie. Wahnsinn. Vielen Dank.